Hallo und herzlich willkommen zurück bei Super Mario Land. Und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt eine Wolke besiegen können. War vorher... What the hell? Ist die eben durch mich durchgegangen? Ja, da sind wieder die Fäuste und gleich kommen wir wieder Wolke. Ach komm, die Wolke kriegt ja wohl kaputt. Wie macht eine Wolke eigentlich Hühner? Ah! Warum explodieren die Hühner eigentlich so? Ach, bestimmt wegen den Schüssen, die ich darauf drauf hab. Ah, ich möchte nicht sterben. Ah, du wirst jetzt sterben. Bäm, weiter. Warte, noch nicht zu Ende? Warte, warte, wer bist du denn? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Du hast es jetzt so was von gar nicht drauf. Bäm, 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 bäm. Statt sie unzerstört! Das war ja mal krass! Oh, Daisy! Daisy! Thank you, Mario! Oh, my gosh! Ist das Spiel schon zu Ende? Your quest is over! Das war's? Krass, ich dachte das Spiel würde noch etwas weiter gehen. Ja, Rakete! Das macht keinen Sinn, aber es sieht toll aus! So macht es wieder Sinn! Juhu! Fliegen! Das ist toll, das macht Spaß! Producer! Jijokui! Ich versuche das mal alle auszusprechen! Director! S. Okada! Oder Okada! Programmer! M. Yamamoto! Und wer ist noch? Programmer! T. Harada! Wird er Harada? Keine Ahnung! Harada? Ah! Keine Ahnung! Design! H. Matsuoka! Matsuoka! Wird er so! Verzeihung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe! Sound! Hatanaka! Verzeihung an alle, dessen Namen ich falsch ausspreche! Amida M. Yamanaka! Amida M. Yamanaka! Aber irgendwie, die Endemusik ist doch auch toll! Design! Mashimo! Kano! Ist das der Verwunder-Nachname? Special thanks to Taki! D. 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 Itsushi Nagata! Was hat der gemacht? Auch ein Special thanks? Kano... Nishisawa! Nishisawa! Juhu! Das was? Oh my gosh! The End! Ja, das war's wohl mit diesem Spiel! Hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen! Nicht sehr groß, aber sehr viel... Aber sehr spaßig! Wir sehen uns bei meinen neuen Projekten! Und ich lass jetzt noch ein paar Minuten das so weiterlaufen! Viel Spaß bei meinen neuen Projekten! Bei meinen neuen Projekten! Und bald geht's weiter mit Super Mario Land 2! Bis dann! Bis dann! Hm! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020